Leute, bevor das Video beginnt, ich wollte euch noch sagen, wir haben eine Kooperation mit G2A, dort kriegt ihr PSN-Karten, vor dem Band ist es viel günstiger. Checkt es ab und jetzt kommen wir zum Video. Yo, Leute, was geht denn jetzt? Kommt ein bisschen auf! Weltrekordklang. Und heute, also mein Bruder ist gerade am Stream und wir stream-snipen ihn und ich hoffe, dass man auffällt. Ich hoffe, dass wir sogar in seine Runde kommen, weil, nein, ich muss in seine Runde kommen, er muss erkennen, dass ich das bin und danach werden wir ihn auslachen. Aber Leute, wenn der mich schult, anders erinnert, weil, Leute, wenn mich so ein Luster holt, dann hat ich mich kein Fortnite mehr, okay? Deswegen, Leute, muss ich sagen, wir warten, bis er rum nicht startet. Dann auf geht's zum Video. Okay, er landet Snobby Shores. Ich hab im Hintergrund den Stream an, Leute, ich muss ihn hören. Oh, die Chance gehört mir, oh! Dankeschön, Jungs, zu mir geht's sehr gut. Ja, Leute, ich stream heute alleine, weil Jan hat gar keine Zeit. Deswegen stream ich alleine. Dankeschön, Jungs, zu mir geht's sehr gut. Ja, Leute, ich stream heute alleine, weil Jan... Also, falls ihr den Stream-Hintergrund hört, tut mir leid, ich muss ihn hören. Oh mein Gott, Leute, da kommt einer mit. Kommt der zu mir? Ich weiß gar nicht. Dankeschön, Jungs, freut mich. Oder Mädels, ich weiß nicht, ich werde halt... Oh mein Gott, einer kommt mit. Soll ich ihn direkt pushen? Soll ich... Nee, nee, nee. Jungs, ich hab keinen Bock auf Fight. Ich wollte auch nur... Oh, ich stream. Chill, nein, ich hab das für eine Pamp. Verkackt. Leute! Ich muss jetzt ein bisschen mehr fokussieren, halt. Leute, das ist der! Der darf mich nicht hören. Leute! Oh mein Gott, hier ist einer. Leute, ich hab keinen Bock. Leute! Der baut ab. Ich glaub, der weiß nicht, dass ich hier bin. Ja, wer weiß, dass ich hier bin, Olo? Ja, wer weiß, dass ich hier bin, Olo? Weg hier, der scheint gut zu sein. Oh mein Gott! So spielt man, Leute. Habt ihr diesen Headshot gesehen? Oh mein Gott! Er hat mich geholt! Leute, habt ihr diesen Headshot gesehen? Er hat mich geholt! Leute, er hat mich geholt! Oh mein Gott, dieser Headshot! Anders krass. Ohoho! Ich bin den krassen Spieler EO West. Was? Chat, ihr labert doch, Alter. Was für Can. Das war nicht Can. Leute, was labert ihr? Das war Can? Leute, ihr labert. Das war nie im Leben, Can. Can ist nicht da, meint er. Leute! Diesmal lande ich hier vorne bei diesem Autorennenteil. Dieses Elmboteil nervt euch, Leute. Weil ihr die Items nicht seht, wartet. Es nervt nicht, Leute. Ich muss das gerade haben. Das ist Ehre, Leute. Beste Getränke, ich schwöre. Hätte ich mir gerade eins zubereitet. Leute, wie ihr hört, geht der zu diesem Autorennenteil, wo ich gerade auch hingehe. Ich hoffe mal, dass ich da vor ihm lande. Ja. Aha, da ist der schon wieder. Guck mal, Leute, da ist der denn lustvoll. Jetzt seht ihr aber die Items. Auf Ehre. Wo soll ich landen? Kommt einer mit? Ich glaube nicht, ne? Allein. Ja, manchmal allein. Auch eine Kiste. Scheiße, wenn der mich wiederholt, Leute. Anders peinlich. Ah, ich kenne mich hier aber gar nicht aus. Ja, was ist das? Ich brauche Waffen. Wo gibt es Waffen? Gibt es hier Waffen oder? Oh, mein Gott, Leute, ich brauche Waffen. Wo ist die Waffe? Hier ist die Kiste. Och, nö. Da ist einer, Leute. Leute, ich hoffe, dass er mich mal nicht holt wieder. Das wird jetzt wieder anders peinlich, Leute. 50er? Aus der Luft! Aus der Luft! Oh, mein Gott, Ehre genommen! Ehre genommen, mein Gott! Oh, mein Gott, Leute, ich bin krasser Spieler. Ich habe das Beste, ey. 50er? Ey, der hat mich geötet. Aus der Luft! Aus der Luft! Oh, mein Gott, Ehre genommen, oh, mein Gott! Leute. Ey, gibt mir jetzt zwei Handkanonen, nicht eine. Zwei jetzt, du einen machst in Luft. Leute, ihr wollt sagen, ich bin lustig? Ich bin nicht lustig. Schon wieder, Can. Leute, was labert ihr? Ey, nächstes Mal, wenn ich einkehle, ich achte drauf. Er versucht, der Pistar mich hier zu streamen zu leiten. Junge, macht der Falschen hier die Rechnung, Junge. Ich bin viel besser als mein Bruder, seht ihr doch. Er hat keine Chance. Der guckt mir sogar zu, ganz Zeit einer. Leute, ich achte die ganze Zeit nicht drauf. Aber ich werde mal das nächste Mal. Aber wie kommt der ganze Zeit in meine Runde? Oh, mein Gott, da ist ein Schlürf. Aber ich will jetzt erstmal ein epischen, Leute. Oh, der ist einfach los. Wenn der das wirklich war, frage ich mich, wie der ganze Zeit in meine Runde reinkommt. Und ja, keine Ahnung. Und ich meine, krass. Bei Gott, ich bin krass. Sag, was ihr wollt. What the fuck? Er landet in meiner Hut in John Wick House rum. In John Wick House rum. Komm mir an. So, Leute, nächstes Round und hoffentlich nächster Sieg. Und wenn der mich diesmal streamstirbt, Leute. Den Hops. Aber der kann ja nicht jedes Mal in meine Runde reinkommen. Leute, ich lande hier beim John Wick House. Aber da landet einer mit. Scheiße. Aha, Leute, da kommt John Wick House. Nein, noch einer kommt. Oh Gott, drei Kisten, Leute. Leute, er hat auch eine Trommel. Ich weiß nicht, ob er es ist oder der Gegner. Nein, Gegner, das ist nicht er. Aha, Lost. Ich hab den einen geholt. Da landen zwei mit. Was mache ich? Da landen drei mit. Leute, was soll ich machen? Hier sind so viele Leute. Leute, wenn John jetzt zwischendurch bleibt, dann kann der mich eigentlich schwimmen. Aber der macht eh nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich schäbe. Football auf den. Oh mein Gott, der holt mich. Ich muss hier runter. Nein, ich hab keine Waffen. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Nein, das ist seins. Leute, das ist wirklich John. Leute, das ist wirklich John. Ich verarsche mich die ganze Zeit. Der kleiner Hund. Ich war so ein kleiner Hund. Hä, wo ist mein Bruder? Was macht er? Oh mein Gott, der holt mich. Nein, Wasser. Nein, Wasser. Dann ruf ich ihn mal bei WhatsApp an. Ich bin draußen. Was laberst du? John, ich seh das doch hier. John Wick unten Strich 44. Ich hab meinen Kollegen Account gegeben. Dann sag deinen scheiß Kollegen, der soll mich nicht da links da hinten. Die ganze Zeit schon. Ich hab den zweimal geholt. Ich hab den zweimal geholt. Welche Lolli? Äh, nur so. Ade. Zu Lonely Land. Da kommt denen nie jemand hin. Da kann ich in Ruhe looten. Oh mein Gott, da kommen drei, vier Leute. Ich hab schon gar keinen Bock. Egal. Jetzt auf entspannten Häbchen. Wieder. Ich hab heute erst ein Häbchen. Lande hier oben in diesem Turm. Okay, Leute. Er geht nach Lonely. Hey, Leute. Bittest du oben eine Tiste? Oh, mein Bruder ist viel höher als ich. Leute, er spielt halt immer Mako. Guck, Leute, mit dieser... Wie heißt das? Fuck, ich hab keine Waffen. Da ist der Mann. Was soll ich machen? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Pump. Ich bin in den Sturmgewehr nur. Da ist er. Leute, was soll ich machen? Ich hab keine Waffen. Was? Ey, Leute, wenn der reinfällt. Keine Waffen. Soll ich machen. Ey, wo ist der hin? Der ist weg. Salwa. Welche Salwa hat der benutzt? Welche Salwa hat der Idiot denn benutzt? Er will halt echt. Mein Gott. Easy. Ich hab keine... Was soll ich machen, Leute? Warum ist das Sound so komisch? Ich bin wegen dem Chat-Link. Leute, hier waren noch 3, 4 Leute. Wo soll ich hin? Da unten ist einer. Leute, da unten ist einer. Oh mein Gott, der scheint gut zu sein. Dann, sagen wir, Leute, da unten ist einer. Leute, was soll ich machen? Da unten ist jemand mit Stringpomben. Warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hau ab. Wisst ihr wie? Bitte, 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 bitte. Lass ich weg. Du kleine Figgit, Alter. Ich schlaufe alles das wieder dran. Ich schlau... Leute, der müsste unten sein. Ich schlaufe. Ich schlaufe. Ich schlaufe. Ich schlaufe. Lass. 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 Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich ausgerastet. Scheiße, der kommt nach unten. Scheiße, der kommt nach unten. Leute, der kommt nach unten. Bei Gott, der spielt. Ich schlaufe. Meine Mutter, der war das. Ach, wo ist der Junge hin? Ich schlaufe. Can. Was machst du da? Habe ich. Habe ich. Setz dich mal hier. Warte, wo ist die Kamera? Setz dich mal hier. Warum machst du das? Ich dachte, du stehst natürlich. Ich hab dich angerufen. Ich steams halt nicht. Was laberst du? Du kannst die ganze Zeit. Nein. Du hast auch immer mein Stream offen. Ich seh das doch. Nein. Doch. Das ist nicht dein Stream, Habe. Can, hör auf damit. Ich meine, du wolltest nur streamen. Es war gar kein Boxer. Ich war ein Gegner. Was soll ich machen? Habe ich was? In deinem Stream drin? Can, halt mal. Du warst viermal in meinem Stream drin. Hä? Nein. Als ich in einer Runde drin war. Dann hör auf damit, Can. Äh, warum landest du? Oh. Und hör auf damit, Can. Ja, als du auch lonely landest. Als du auch lonely landest. Als du auch lonely landest. Hä? Warum landest du lonely? Ich bin einfach so da gelandet. Ich weiß nicht, das war alles Zufall. Warum willst du lustig sein? Hä? Das war zu... Can, warum steht da nur eine Kamera? Warum ist da mein Stream offen? Warum ist sie ein Handy? Warum bist du jetzt mal meiner Runde? Wie geht das? Ich hab Video gemacht. Hör auf, dein Chili zocken. Nein. Du kleine... Hör auf. Egal, war gut gemacht, ich schwöre. Aber ich hab dich zweimal ausgenommen. Ich schau. Hä? Du bist lustig. Guck mal, du grüßt mich sogar noch so zu, so lustig. Weil du nicht checkst, wie ich deine Ehre genommen hab. Ja, so krass bin ich, ja. Du nicht. Das ist schlecht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt mehr von... Nichts Stream snipen, weil ich... Obwohl sich mal gut an mehrmals Stream snipen, Leute. Wer weiß. Auf jeden Fall, schreibt es dann einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.